Wenn man Interesse an der Sicherung der Umwelt hat, dann hat man die Möglichkeit, beim Sicherheitswesen einmal die ganzen Naturwissenschaften miteinander zu verknüpfen und letztendlich für die Sicherheit der Umwelt zu sorgen. Unser Hauptstudiengang ist ja das Sicherheitswesen und es gibt den Strahlenschutz, die Umwelttechnik und die Arbeitssicherheit. Es ist ein sehr, sehr praxisnahes Studium. Tagesgeschäft in einem Forschungsunternehmen ist nie langweilig. Wenn man ein großes Interesse daran hat, eigene Projekte durchzuführen, dann ist man natürlich da bei einem DHBW-Studium genau an der richtigen Stelle. Das erste Mal durfte man was messen an einem Präparat, das oben lag, es war natürlich am Anfang so, uh, Radioaktivität. Wir haben Dozenten, die kommen aus der Praxis, die können noch relativ viel erzählen. Man hat Mathematik, Physik, Elektrotechnik, Statistik, ein bisschen Informatik. Ja, das Wichtigste ist natürlich das Interesse an den Naturwissenschaften. Wissenschaftlich arbeiten, da kommt man nicht drum herum. Wenn du Lust hast, den Dingen auf den Grund zu gehen und Strahlenschutz dein Ding sein könnte, dann bewirb dich und komm zu uns.